Der Ausdruck Historismus bezeichnet in der Stilgeschichte ein im 19. Jahrhundert verbreitetes und teilweise noch ins 20. Jahrhundert nachwirkendes Phänomen, bei dem man, vor allem in der Architektur, auf ältere Stilrichtungen zurückgriff und diese teilweise kombinierte, stilistische Unterarten sind unter anderem die Neoromanik, Neogothik, Neorenaissance und der Neobarock. In seiner Spätphase entstand parallel der Jugendstil, den der Historismus teilweise beeinflusste. Eine Gegenbewegung entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Reformarchitektur, die später in die klassische Moderne mündete. Die prägendste Zeit für den Historismus erstreckte sich von ca. 1850 bis vor dem Ersten Weltkrieg. Doch auch später wirkten historistische Motive nach etwa im monumentalen Neoklassizismus. Im sozialistischen Klassizismus und in der Heimatschutzarchitektur. Teilweise wird bis heute historistisch gebaut, besonders seit in der Postmoderne wieder historische Bauformen aufgegriffen wurden. Moderne historistische Bauten werden auch als neohistoristisch bezeichnet. Stilpluralismus Im Gegensatz zu vorhergehenden kunsthistorischen Epochen ist für den Historismus ein gleichzeitiger Stilpluralismus charakteristisch, der sich aber schon im Nebeneinander von Klassizismus und Romantik um die Wende zum 19. Jahrhundert ankündigt. Anders als in Renaissance und Klassizismus wurde nicht nur versucht, die Architektur der klassischen Antike wieder zu beleben bzw. zu kopieren, sondern es wurden Architekturformen auch anderer Epochen imitiert, die nun mehr als gleichwertig betrachtet wurden. Einen großen Einfluss übte dabei die Romantik aus die einen Sinn für das historisch bedingte Entwickeln half. Gelegentlich wurden auch mehrere Stile in einem Gebäude gemischt. Diese Kombinationen nennt man Eklektizismus. Andere Bauwerke zitieren historische Motive, lassen sich aber keinem konkreten Stil zuordnen. Erste Impulse aus Großbritannien Erste Bauwerke in einem nicht-klassizistischen Stil wurden schon Ende des 18. Jahrhunderts in Großbritannien errichtet. Ein frühes Beispiel ist die Villa Strawberry Hill, die Oraswallpole um 1775 im neugotischen Stil errichten ließ. Als frühes Meisterwerk der Neugotik gilt das Parlamentsgebäude in London aus dem Jahr 1835. Sehr bald wurden auch schon nicht-europäische Baustile kopiert. Der Royal Pavilion in Breiten ist ein frühes Beispiel von Architektur nach indischen und chinesischen Vorbildern. Zeitraum Da der Historismus in Mitteleuropa ab den 1850er Jahren größere Verbreitung erfuhr und es eine seiner ursprünglichen Funktionen war, die Repräsentationsbedürfnisse des in der Grün derzeit reich gewordenen Bürgertums zu befriedigen, wird er umgangssprachlich manchmal auch als Gründerzeitstil bzw. Gründerzeitarchitektur bezeichnet. Das Ende des Historismus beginnt mit dem Jugendstil um 1895, der zwar noch Ornamente verwendet, allerdings ohne jeglichen historischen Bezug. Gleiches gilt für den Expressionismus, der in der Architektur knapp nach dem Ersten Weltkrieg ansetzt. Beginnend mit der Reformarchitektur nach 1900 und verstärkt ab 1910 verbreiten sich dann zusehends weniger aufwendige, schließlich ornamentlose bzw. funktionalistische oder konstruktivistische Baustile, die in den 1920er Jahren dann hegemonial werden. Dies entspricht einer wachsenden Neigung stilbildender Schichten, sich nun weniger aus Bezügen auf die eigene Geschichte zu legitimieren, sondern immer mehr durch Identifikation mit moderner Technik. Zu dieser Zeit kommt der Historismus in den Verliererstaaten zu einem abrupten Ende. In den Siegerstaaten, vor allem in den USA oder in den am Krieg nicht beteiligten Ländern, etwa Spanien, lässt sich neben dem neuen Bauen noch eine Nachblüte des Historismus bis in die 1950er Jahre feststellen. Bauten Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts erforderte den Bau von Bahnhöfen, Fabriken und Wassertürmen. Zur Linderung der Wohnungsnot mussten mehrstückige Zinshäuser errichtet werden. Das aufstrebende und zu sehens wohlhabende Bürgertum verlangte nach Villen und großen Stadtwohnungen in repräsentativen Gebäuden. Bedeutend war auch die Integration neuer Technologien in Architektur und Design. Entscheidend war die Weiterentwicklung der Stahlerzeugung. Der nur aus Gusseisen und Glas bestehende Crystal Palace auf dem Gelände der Londoner Weltausstellung von 1851 galt als revolutionär und wegweisend. Für spätere Jahrzehnte, teilweise wurden verschiedenen Baustilen unterschiedliche Funktionen zugeschrieben. Kirchen wurden im Stil der Gotik oder der Romanik gebaut, Banken und Bürgerhäuser im Stil der Renaissance, Adelspalais und vor allem Theater im Barockstil, Fabrikhallen dagegen meist im englischen Tudor-Stil. Viel Wert wurde auf Repräsentation gelegt, wobei funktionale Aspekte gelegentlich untergeordnet wurden. Dies ist einer der Gründe, warum der Historismus vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts häufig kritisiert wurde. Vor allem wurde bemängelt, dass architektonische Zutaten wie Säulen, Medusenköpfe und Acanthusblätter rein dekorativ zur Erzeugung einer historischen Atmosphäre benutzt worden seien. Die Fassaden der Gebäude sollten nicht nur in ihrer Größe und ihrem jeweiligen Reichtum, sondern bei mehrfamilienhäusern auch in ihrem geschossigen Aufbau die soziale Stellung ihrer Bewohner spiegeln. So etwa wurde die erste Etage oder das Hochpart der Meistbär-Etage genannt und war mit ihren besonders hohen Decken und ihren reichen Stuckverzierungen dem wohlhabenderen Bürgertum vorbehalten. Nach oben wurde die soziale Stellung der Bewohner mit abnehmender Geschosshöhe meist immer geringer. Dabei wurde die oberste Etage mit ihren oft nur noch lukenartig kleinen Fenstern in der Regel von den Dienstboten und anderen Angehörigen der unteren sozialen Schichten bewohnt. Auch im Innenbereich spielte der Historismus eine große Rolle, besonders bei den wohlhabenden Schichten der Bevölkerung, des Adels oder den regierenden Fürstenhäusern. So wurden ganze Schlösser oder Teilbereiche umgebaut, um dem Seitgeist zu entsprechen. Die Ideale des Mittelalters mit Ritterlichkeit und Ehrenkodex wurden hochgehalten und fanden ihren Ausdruck in neu geschaffenen Ritterseelen und ritterlichen Zimmerfluchten. In vielen neu entstandenen Wohnvierteln wurden innerhalb der Blockrandbebauung auf früheren Gartenflächen hinter Höfe angelegt und in Hinterhäusern, oftmals zahlreiche weitere Quartiere für die Arbeiter errichtet. Häufig auch in räumlicher Nähe zu den Arbeits- und Werkstätten. Die überbelegten Einraumwohnungen der Arbeiterklasse mit ihren oft miserablen und gesundheitsschädigenden und hygienischen Wohnbedingungen wurden von etlichen Reformern seit Ende des 19. Jahrhunderts sehr beklagt. Sie haben unter anderem die Ideen der Gartenstadtbewegung und so manches Reformprojekt in Deutschland beflügelt. Eine Besonderheit der Architektur dieser Epoche sind nach einem Gesamtkonzept angelegte repräsentative Villenkolonien wie etwa die Kolonie Marienthal in Hamburg und die bis heute gut erhaltene und als exemplarisch geltende Villenkolonie Lichterfelde West im Südwesten Berlins. Die Villenkolonien waren wegen des hohen Personalbedarfs zur Führung der großen Häuser in der Praxis gemischte Wohngebiete. So war das Verhältnis der sogenannten einfachen Stände zu den Herrschaften etwa in Lichterfelde West in Berlin 2 zu 1. Die Villenkolonien nahmen mit ihrer aufgelockerten Bebauung den großen Gärten und alleen die Idee der Gartenstadt vorweg. Stilphasen Stilgeschichtlich unterscheidet man zwischen romantischem Historismus, strengem Historismus und Späthistorismus. Der romantische Historismus zeichnet sich durch eine langsame Ablösung vom Klassizismus aus. Bevorzugter Stil sind Neugotik und Neorenaissance, allerdings werden immer wieder stilfremde Elemente kombiniert. Sodass es sich um keine einfache Nachahmung der historischen Stile, sondern um subjektive Interpretationen handelt. Auch Elemente aus nicht westeuropäischen Stilen werden kombiniert. Dies drückte sich auch in einem zeitgenössischen Spottgedicht gegen zwei prominente Wiener Architekten dieses Stils aus, deren Hofoper die Zeitgenossen enttäuscht hatte. Siegertsburg und van der Null haben beide keinen Still. Gotisch-Griechisch, Renaissance, das ist ihnen alles ans. Der strenge Historismus dagegen versucht, reine Elemente des vergangenen Formvokabulas kunsthistorisch korrekt zu kombinieren. Der Subjektivismus des romantischen Historismus wird abgelehnt. Versucht wird einen lehrbaren und objektiv richtigen Stil zu finden, der sich aus den Formendetails ableitet. Bevorzugter Bezugspunkt ist die Architektur der Renaissance. Im Späthistorismus wird die Orientierung an der Renaissance durch eine Orientierung am Barockstil abgelöst. Die strenge Orthographie der vorhergehenden Phase löst sich auf zugunsten einer freieren Interpretation der Dekore-Elemente, die auch nicht mehr streng linear angeordnet werden. Ausbuchtende Erker, Rieserleitkuppeln und ausladende Balkone werden beliebt. Allgemein ist ein Zug zu übersteigerter Monumentalität zu beobachten. Einzelne Elemente weisen gelegentlich schon auf den Jugendstil. Stile des Historismus Neoromanik Die Neoromanik bzw. Neuromanik entstand, als nach 1870 in Deutschland der französisch inspirierte Stil der Neogotik in Verruf kam und statt diesen die Deutschere Romanik propagiert wurde. Neoromanik galt vor allem im protestantischen Deutschland als nationaler Baustil und war nach dem Wiesbadener Programm jahrzehntelang für evangelische Kirchenbauten verbindlich. Neben Romanischen greift der Stil auch auf byzantinische Formensprache zurück. Regend war der Stil auch im Wiederaufbau und im romantisierenden Neubau von Burgen bzw. burgähnlichen Gebäuden, z.B. bei der Burg Dank Waderode in Braunschweig, Schloss Neuschwanstein und bei Schloss Drachenburg. Auch öffentliche Bauten wurden häufig im neoromanischen Stil erbaut. Ein repräsentatives Beispiel ist das preußische Regierungsgebäude in Koblenz. Neogotik der früheste und prägendste historistische Stil ist die Neogotik bzw. Neugotik. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts wurden gotische Formen wiederentdeckt. So beispielsweise beim Nauener Tor in Potsdam von 1755. Etwas später folgte unter anderem die Regotisierung Wiener Kirchen durch Johann Ferdinand. Etzendorf von Hohenberg um 1805, die allerdings noch einem klassizistischen Zeitgeschmack geschuldet war, so dass viel authentische Gotik verloren ging. Vor allem in Großbritannien wurde die Neogotik früh zum prägenden Stil des industriellen Zeitalters. In den 1840er Jahren wurde die Gotik immer mehr als Sinnbild einer Architektur der Bürgerfreiheit empfunden. Bedeutendster Vertreter in Österreich war Friedrich von Schmidt in der Schweiz Ferdinand Stadler. Ein erst kürzlich behutsam restauriertes Zeugnis der Neogotik findet sich im Zentrum von Chemnitz die Villa Zimmermann. Der Neogotik verdanken wir die Fertigstellung einiger im Mittelalter unvollendeter gotischer Kathedralen, und sie wurde gerne auch für repräsentative bürgerliche Bauten verwendet, da man die Epoche der Gotik mit der Blütezeit der Stadtrepubliken assoziierte. Neorenaissance Ein wichtiger historistischer Baustil ist die Neorenaissance bzw. Neorenaissance. Da man die Renaissance vor allem als eine Blütezeit der Künste ansah, war die Neorenaissance der bevorzugte Stil für Theater, Opernhäuser und Museen. Der Stil wurde Ende des 19. Jahrhunderts prägend in England und Frankreich. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche repräsentative Beispiele, etwa das von vier Architekten entworfene Schweriner Schloss, Leo von Klenzes Palais Leuchtenberg, der Berliner Reichstag, sowie Bauten der Dresdner Semper Nikolai Schule. In Österreich ist die Wiener Staatsoper zu nennen. Neumannierismus Auch stilisierter Mannerismus wurde 1998 als Stilbegriff von Albrecht Mann eingeführt und definiert. Die von Napoleon III. in Auftrag gegebenen Eckpavillons im Louvrehof waren die ersten Baumaßnahmen dieser Art. Es folgten die Opera Garnier und die Wohnbauten der neuen Boulevards. Die Stilkennzeichen lauten allseitige klare Abgrenzung der Fassade, antiklassische Zierformen, stark plastische Oberfläche, Überladung mit Formelementen, Anführungszeichen. Dieser Rückgriff auf die Architekturmerkmale des Mannerismus und die prunkhafte Grundhaltung begründeten den Neumannierismus. Da die Ausführung stilisiert erfolgt, ist dieser Kunststil als stilisierter Mannerismus zu bezeichnen. Im Zuge der europäischen Ausbreitung wurde der Neumannierismus die Ausdrucksform der wilhelminischen Ära und der Baustil des Berliner Reichstagsgebäudes. Ein bedeutendes Beispiel ist die Aachener Villa Casalette und die Opera de Monaco. Neobarock Der Neobarock bzw. Neobarock kam vor allem im Späthistorismus ab 1890 verstärkt auf. Das Zeitalter des Barock der adelig geprägte Absolutismus galt als der Höhepunkt weltlich monarchischer Macht, weshalb man staatliche Bauten gerne in diesem Stil errichtete. Der Neobarock findet in der Pariser Oper, dem Brüsseler Justizpalast sowie der neuen Hofburg in Wien und im Schloss Herrenkiemsee in Bayern seine Höhepunkte. Neurokoko Neurokoko trat seltener im Bauwesen als in der Innenausstattung vor allem von Schlössern und Bürgerhäusern hervor. Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden etwa Schönbrunn und die Albertine mit einer dem Rokoko nachempfundenen Inneneinrichtung ausgestattet, wofür teilweise sogar authentisches Rokoko geopfert wurde. Beispiele für Neurokoko ist das Schloss Linderhof sowie der Sepavillon Herner. Auch in der Malerei des 19. Jahrhunderts entfaltete sich das Neurokoko. Nach er vereinzelten Rokokorezeptionen um 1840 kam es um 1860 zu einer anhaltenden Rokokomode, die von Malern wie Otto Erdmann, Louis von Hagen, Heinrich Lossos, Karl Hoff, Benjamin Woutier, Ludwig Knaus und Josef Scheurenberg bedient wurde. Orientalisierender Historismus Eine eher selten gebrauchte Variante des Historismus war die Errichtung von Bauwerken im orientalisierenden Stil. Sie fand vornehmlich bei Bauten Anwendungen, die nach dem Verständnis der Zeit eine nahe Beziehung zum Orient aufwiesen, beispielsweise bei Synagogen, Bauwerken von Unternehmen, die im Urorient-Handel tätig waren und bei bestimmten Varianten der Architektur der Freimaurer, wie sie sich vor allem in den USA entwickelten. Beispiele für die Verwendung des maurischen Stils im außerreligiösen Bereich sind unter anderem, die Jenetze-Fabrik in Dresden, das Arsenal in Wien, die sogenannte Zacherl-Fabrik in Wien-Döbling und die Villa Crespi in Otta San Julio. Doch auch schon im Barock kam es zu Bauten wie der Moschee, im Park von Schloss Schwetzingen und in anderen Schloßgärten. Ein orientalisierender Palastbau ist der Royal Pavilion Breiten in England, der bis 1822 als exotische Mischung aus nahöstlichen, indischen und chinesischen Stilmotiven entstand. Neohistorismus Über das Ende des eigentlichen Historismus hinaus kommt es im 20. Jahrhundert zu neohistoristischen Strömungen, die sich unter anderem im Neoklassizismus ihren Ausdruck suchen. Dieser neue Historismus wird in der Regel unterschieden von örtlichen traditionsgeprägten Bauweisen, die unter dem Begriff traditionelle Architekturanwendung finden. Unter dem Begriff neue klassische Architektur bzw. neuklassische Architektur werden hingegen beide Strömungen beschrieben. Bauliche Rekonstruktionen werden in diesem Feld nicht erfasst, wirken aber mitunter auf die Entwicklung historisierender Architektur ein. Beeinflusst durch die Postmoderne und den neuen Urbanismus entstehen vor allem seit den 1980er Jahren Wiederbauten und ganze Stadtviertel, die dem Ideal der europäischen Stadt folgen und historische Bauformen aufleben lassen und diese teils weiterentwickeln. Auch in verschiedenen regionalen Ausprägungen lebt die historistische Formensprache fort. So werden zum Beispiel Bädervillen häufig stilistisch an Vorbilder aus der Gründeherzeit angelehnt gebaut, mit verzierten Balkonen, Äckern, Veranden und teils auch Ornamenten. An der University of Notre Dame in den USA gibt es mit der School of Architecture eine Architekturfakultät, die sich der Lehre der traditionellen bzw. vormodernen Architektur und Stadtplanung verschrieben hat und den Neohistorismus mitentwickelt. Sie vergibt einmal jährlich den hochdotierten Driehaus-Architekturpreis. Die Londoner Foundation for Building Community von Prinz Charles treibt den weltweiten akademischen Diskurs in diesem Bereich ebenfalls voran. Auch verschiedene Architekten und Architekturbüros lehren ihre Mitarbeiter die Formensprache des Historismus und früher Stil-Epochen und lassen sie entsprechend inspirierte Entwürfe umsetzen. So zum Beispiel Hans Kolhoff, Patschke Architekten Berlin, Leon Krier, Dimitri Porphyrios, Andres Tijuani, Michael Greifs, Pierre Carlo Bond, Empi und Quinn Lentieri. Beispiele für neohistoristische Architektur Kathedrale von Brentwood in Brentwood, England, 1991 St. Nikolai auf dem Wasser in Kiew, Ukraine, 2004 Sherm-Ehrhorn Symphony Center in Nashville, USA, 2006 Kapelle des Thomas Aquinas College in Santa Paula, USA, 2009 Wir zeigen uns Felizes auf Chines für Böken, 2015